er ist wünschen die Tüchen LeBard los müsste sich zu werden also reist euch zusammen ihr wisst also los jetzt los jetzt mehr los los jetzt immer rennt die alle mit mir mit ein paar zu schümmel bleiben Pokémon Hier... Hoho Wollen wir hier rein? Boah, was? Das hat nicht gezählt Das ist... Wiederholung Wo ist der hin? Da muss der irgendwo hier rumspringen Der Helgo Landmann Ja, liegt da Ambo Ambo Tschüss Mach da mal den hier Guck, guck Hä? Ey, 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 ey Ich geh mal wieder hoch Jo, mach das da unten mal Ja, so kalt gemacht Gute Arbeit, Kollege Mister Mister Pups Hallo? Da sind schon mal keiner Jo, jo, ich geh wieder zurück Flessen sie wieder da Äh, 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 äh Äh, 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 äh Ah, du musst aufpassen Aufpassen bitte Oh, mir ist super schlecht jetzt alle Ist mir so schlecht Geben wir mal, ich sag mal, wie sind denn die Gegner? Was? Der war ja weg Wie tut die das? Der ist aber nicht ganz tolle Du darfst So, waaay Ey, ah, Fraulein, Lady ist wieder da Da war ne geile Waffe an die Fraulein, hm Komm mal da, du. Warte mal, ich werde hier holen jetzt. So geht das, meine Herren. So, nicht anders. Hä? Wie jetzt? Hä? Hm. Hehe. Ich muss kurz naheladen. Lade schneller nach. Wir gehen rein. Junge, Junge. Das war so ein leichter Kind. Das hätte er richtig bringen müssen. Okay, er hat genügt, oder? Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich was. Lade nach. Ach, komm, Alter. Du gönnst mir auch nichts, du. Du gönnst mir auch nichts, du, Alter. Die gönnten mir wirklich nichts, die, Alter. Hallo? Alter. Ja. Hä? Wo war denn der? Der lag da. Oh, das ist doch primal, der lag da, Alter. Das hasse ich. Das hasse ich. Jetzt stehen die alle dort. Jetzt gehen wir aber an die anderen Seite ran. Oh, meinst du ja an, genau. Hä? Ach so. Das war's komplett. Ich dachte, das ist freundlicher und die fällt runter und... Sag jetzt nix, Leute. Sag jetzt nix. Hier oben jemand. Links oder rechts? Guck mal hier. Das ist mein Freund in Ruhe. Tschüssi, Jali, Jali, Jali. Guck mal, wenn jemand rumspringt. Springt doch heiß. Das ist irgendwelche von mir. Ja. Gut, der macht's doch sehr gut, Kollege. Es gibt hier Rückendeckung. So, falsche Richtung. Ich muss da mal kurz nah laden, ey. So. Tschüss. Ich geh da mal kurz hoch. Nehm mich mal kurz auf das Auge hier. Guckst, ey? Haben wir ne Refle jetzt schlecht, bitte. So geht das aber nicht. Der mag mich bestimmt nicht mehr. Jungs. Boah. Muniz auch alle. Aber hat sich mal aufgeholt. Aber auch gut. Auch gut jetzt. War schon erlaubt. Ich hätte gerne mit mehr Munition oder das geht. Die eine, die ich da ausgesucht hab. Die, die, die ich da letztens hatte. Wenn ihr euch gesehen habt, einfach mal schauen. Ähm. Du willst ja nicht hinbein, oh. Ey, 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 langsam. Leute. In Ruhe. In Ruhe, bitte. Waffen probieren. Vor allem, wie der ja hochgekommen ist so schnell. Boah. Hast du aber. Ah, ich hab dich gesucht, Kollege. Bist auch langsam gewesen. Nee. Hey. Alter, der hat mich best gemessert, Alter. Das ist ein. Alter, hast du keine Chance. Zweier. Hier fällt er runter. Blub, blub. Ah. Mal, mal. Ich muss kurz juckt. Gratzen. Gratzen. auf die Scheiße das heißt aber nichts Prozent gut gemacht Kollegen gleich umfallen gleich weg Freund oder kommst du durch komm wir gehen mal hochkomm der ist ja ob ich da die Klöter stehen ja meine Herren die Hexe Hauptschuldigung ein Fehler ja genau die Gegner hallo Gegnerlein komm raus ich meine ich bin sehr seltsam nö du bist ja auch nö ich hab hier mal hä ist der Ungefallen keine Ahnung was der mit der Waffe gemacht wird Guck mal alles Gute kommt von oben äh ich bin nur heller ich dachte das ist ein freundlicher äh feindlicher na gut ich glaube ohne Munition ich finde hier nicht ein Typ Alter dann müssen wir uns dann müssen wir ins volle gehen so Kollege macht mal hier ich hab den mal platt gemacht ich hab mal wieder eingekillt für euch ja ich bin zwölf 15 oh ist gar nicht so weit entfernt komm dann gehen wir hier rein da stehen sie doch gerne auch da gehen sie da auch gerne rein wo sind unsere Feinde haben sich die verduftet ja guck mal heller schweiß die wo die sind hallo Liano komm wir gehen wir uns komm wir gehen wir uns komm wir mal oben klar Alter verliere das doch schon da Alter da hab ich jetzt gar nicht reagiert so schnell hab ich gar nicht war so abwesend jetzt geistig so aha so ist das also Kollege die werde ich mal dem die werde ich geflöten den aber boah der war drauf gehauen Alter da hättest du echt so ne richtige Wumme fallen hier 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 was Alter mich killt der ab und das ist doch ungerecht oder nicht das ist doch der rennt weg und ich krieg was ist denn das bitter einfach nur bitter ganz ehrlich richtig bitter ah auf 13 kills sind also nix also weil es nicht mehr konnte ich auseinander alle aus seiner tiefer detail schreit okay das ist ja genau wenn man das alles kaputt okay dankeschön fürs wiederhaut rein bis zur nächsten bis zur nächsten